sie das behauptet er sei kopfgeldjäger geworden um die verfolgung seines letzten opfers roscoe bob bryant finanzieren zu können so weiter mann ja mann wieso sterbe ich immer so schnell ich muss schneller an deckung gehen treffe ich dich nicht ok so so ja das ist das was sie wollen es war kalt und eine wäsche und eine brasse bra das Nacht als ich meinen Weg über seine leute Kampadre zu dem gleiche Salon in der wir heute sitzen Okay, ich finde Hardin im Saloon. Alter, es ist so still hier. Das ist so. Er war ein Volk-Heroen von denen, und hatte eine Mastik-Gang von Arme-Miskreaten und anderen Assorten-Thugs. Er und seine Mann haben die Kampen in der Stadt gearbeitet, und ich hoffe, dass Bob eines von ihnen war. Goddammit! Shoot! That son of a bitch! Ich weiß nicht, warum ich da war. Sie wussten, wie die meisten von ihnen auch waren. Ich dachte, Harden war hier irgendwo, aber um ihn zu kommen, muss ich nach ihm sein. Das war leichter gesagt als getan, als die meisten von ihnen waren als foolish und voll von Bravado als ich war. Ich musste viel Blut spüren, um herauszufinden, dass Harden nicht in dieser Kampen war. Er war in der Stadt mit seinen Am meisten Freunden. Harden's boys, in der Fall, nicht wollte ich den Bulls-Head. Einige waren es in der Stadt, um zu informieren, der Hefe von meiner Unwelcome-Presence. Okay, wir sind jetzt also auf der Suche nach Harden, aber der ist nicht da, denn er ist in der Stadt mit seinen Leuten saufen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ganz ruhig, Leute. Wie cool. Wie cool. So. Und ruhig. So, ich ne ins Zelt rein. Ahm. Hör mal, die Schuhe von dir. Hier sind ein bisschen mehr auf dem Schiff. Super. Oh ja, das ist geil, die Waffe. Ranger ist cool. So. Alter. I wondered if Bob was among them. So, gelang in die Stadt und finde Harden. Hier geht's nicht, dass gut. So. Oh, die Stadt ist hier oben, cool. Wow. Nein. Oh, ich verpasst jedes Mal den Schatz. Oh, du glaubst. Ich muss mich nicht. Ich glaube, ich muss mich nicht mehr an den Schiff. Es war in fact his birthday celebration. Ich würde gerne nur das einladen. Kann man das erzielen. Vor allem wie krank das ist man. Es ist ein einziger Mann gegen so viele Wannenken. So krank. Das war's. Goddamn him. So, dann wollen wir mal Hardin treffen. So weit ist es zu sehen, niemand war da glücklich, dass sie sie gesehen haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wann doch mal ein bisschen mehr. Mach es ruhig, mach es ruhig. Sieht alles aus, mein Gott! Wollen wir mal Hallo sagen? Oh mein Gott! Oh! Und dann kam er! Hardin 1. Mord mit 15 Tötete ein Geschnarchter und 40 Angeln fürs Atmen. John Resley Hardin Nein! Ich bin so schlecht darin! Ich bin sicher davon! Ah! Das blöde ist, der hat zwei Waffen, die hat er schon in der Hand. Oh mein Gott! Der muss muss ganz kurz greifen und dann... ... 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